Hallo und herzlich Willkommen zu Subnautica mit mir, dem Volperdinger 2000. Schön, dass du wieder mit dabei bist und hier mit mir versuchst zu überleben oder beziehungsweise dich schieflachst, wie ich immer so teilweise kurz vorm Sterben bin und so. Ja, ich bin wieder ein bisschen unterwegs. Ich habe mir gedacht, ich schaue mal zum Liveport 7, in der Hoffnung, dass ich da eventuell auch die Insel wieder finde. Aber ich glaube, die Insel gibt es bei mir nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich brauche ja auch noch einen ganzen Haufen sonstiges Zeug. Und ich habe mir gedacht, ich schaue mal bei ihm vorbei, weil der sollte eigentlich in der Nähe von der Insel sein. Da waren wir aber schon drin, gell? Hm. Diese blöden Haie, die fressen mich immer an und die fressen mich auch bei der Basis an und irgendwie nervt es. Was haben wir denn da? Ein Seemortenfragment. Hör dich. Komm, nerv mir nicht, Hai. Lass mich einfach nur in Ruhe. Gut. Auf der Suche nach den Fragmenten bin ich ja schließlich auch noch unterwegs hier. Und es ist wieder Nacht. Warum ist eigentlich immer Nacht, wenn ich anfange aufzunehmen? Das ist irgendwie schon komisch. Ah, wir sollten mal... Ja, ich habe es gerade gesehen. Wir sollten mal schnell nach oben gehen. Damit wir hier nicht wieder... Ja, wisst schon, ne? Mal wieder so an Sauerstoffmangel enden. Aber ich glaube, die Insel gibt es bei mir einfach nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall werde ich hier jetzt mal noch ein bisschen Fragmente suchen, weil es Spaß macht. Und weil wir die brauchen. Und ja, auf meine Basis habe ich übrigens noch ein paar Dinger draufgeschraubt. Äh, na, sag schon. Ein paar Solarmodule, weil das ist schon ziemlich... Ähm... Mit den zwei Wasserfiltermaschinen. Das war nichts auf Dauer. Oh, den Tisch, guck mal. Die brauchen zu viel Strom. Und deswegen habe ich da nochmal drei Dinger drauf. Jetzt haben wir 200 Strom in der Basis. Das reicht jetzt für die Wassermaschinen. Weil, wo ich es vorher angeschaltet habe, die Spiele, das hat ja nur noch genervt. Kein Strom, Strom, kein Strom, Strom. Und die ganze Zeit kein Strom, Strom. Und da bist du wahnsinnig geworden. Was haben wir denn da schon? Jetzt ein Rack. Ich brauche es dann echt irgendwann, diesen... Äh... Komm. Ab nach oben. Ich brauche auch mal diese Modifizierungsstation, dass ich endlich mal größere Sauerstoffflaschen machen kann. Das ist schon irgendwie echt lästig, dass man da immer nicht... Ähm, ja, so lang unten bleiben kann. Und wir möchten irgendwann schließlich auch mal in die Aurora gehen. Also ich möchte es da mal ganz dringend hin, eigentlich. Schauen wir mal, was hier drin Schönes gibt. Nix. Einmal durchgeschwommen draußen. Super. Hm. Was ist das da? Ein Abfalleimer. Ach komm. Scannen. Immer mal scannen. Alles mitnehmen. Da kann man irgendwann die Basis schön machen. Und wir können es mal wieder vom Hai beißen lassen, wenn ich da in der Nähe höre. Du siehst mich nicht, la 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 la. So, irgendwo... Noch irgendwas zum Scannen hier auf die Schnelle. Ne. Ach, schon wieder. Mein Gott, hey, das ist so lästig. Irgendwie kann man hier nicht richtig arbeiten mit so wenig Sauerstoff, ne. Also ich muss jetzt mal unbedingt noch ein paar Fragmente suchen. Und wieder runter. Das ist auch schon bald ohne Energie, das Ding, mein. Aber für schnell rauf und schnell runter ist es halt einfach praktisch, ne. So, schalten wir es mal aus. Gucken wir mal so ein bisschen rum. Hm. Aber ich glaube, da ist nix mehr, oder? Da, jetzt spinnt die Basis wieder rum. Wie wir sehen. Dann nehmen wir halt den Metallschrott mit. Also in der Nacht, ich brauche also unbedingt auch bessere Energie. Weil in der Nacht ist es dann mit den, ähm... Mit den Solarzellen natürlich auch Essig, ne. Aber wenigstens nervt sie hier jetzt nicht mit der Sprache rum. Irgendwo hier muss es doch noch schöne, tolle Sachen geben. Da hinten gibt es zum Beispiel was. Bevor man jetzt da hingingen, gehen wir nochmal kurz nach oben. Ja, du... Ach, du blöder Hai, du. Echt war jetzt, oder? Ach, immer wollen die mich an die Füße nagen. Weiß nicht, habe ich so tolle Füße, dass die immer meine Füße nagen wollen? Keine Ahnung. Da können wir uns ja mal schon wieder hier ein Erste-Hilfe-Päckchen einschmeißen. Hm. So, nochmal Luft geholt. Nochmal ab nach unten. Irgendwo ist doch hier noch Rackzeug rumgelegen. Genau da. Irgendwie habe ich das Gefühl, hier waren wir auch schon da. Ich weiß es nicht. Sind wir da? Ach, es kommt ja auch noch hier. Mein Gott, also Leute, ihr nervt es. Laborabfalleimer. Scannen. Ja, jetzt lass mich das noch scannen, komm. Ich bin gar nicht da. Du siehst mich nicht. Ah, diese Füße sind da irgendwie aggressiver geworden, habe ich das Gefühl, seit dem letzten Mal. Das ist echt schlimm hier. Da müssen auch noch Seemottenfragmente rumliegen, oder? Was haben wir da schon jetzt? Silbererze können wir immer brauchen. Diamant könnten wir jetzt auch mal brauchen irgendwann, gell? Ja, ich weiß. Und noch irgendwie zwei Seemotten-Teile und da hinten kämpfen sich die Haie wieder an. Nicht schön hier, nicht schön. Nein, nein. So, tauchen wir mal kurz auf. Aber das nutzt mir nix, wenn ich die Seemottenfragmente habe. Ich habe... Ah ja, das ist das Büro. Weil wir brauchen ja auch noch diese Station, um die zu bauen. Und ich glaube, die muss man inzwischen auskennen. Da hat es noch einen Haufen Quarz. Naja, nehmen wir es mit. Stecken wir mal das Ding hier ein, können wir schneller schwimmen. Quarz können wir immer brauchen. Dann werden wir vielleicht noch ein, zwei Solar-Module auf die Basis bauen, weil, ja... Es ist schon immer noch zu wenig Strom hier. Das ist schon ein Beißer. Ja, super. Sag es noch und er beißt mich. Ja. Toll, toll. Hm. Da ist noch ein Sieemottenfragment. Ach, Leute, jetzt lasst es mich doch mal in Ruhe. So, zwei von drei. Ich brauche noch eins. Aber ich glaube, ich gehe jetzt erstmal wieder. Oh, nee, jetzt wird es aber echt kriminell hier. Hallo, ich hau ab. Ja, ja. Ich hau ab. Ich brauche einen Verbandskasten. Ich glaube, ich habe keinen mehr dabei, oder? Nein. Wo ist denn meine Basis? Wo ist denn meine Basis? Da hinten. Ach, Gott. Und ich brauche das Batterieladegerät ganz dringend. Na, siehst du, wir haben es schon wieder. Weil ich baue mir immer mehr Batterien. Ich habe jetzt zwischen der letzten und der Folge ein paar Batterien gebaut. Aber ich meine, ich komme ja nicht mehr zu Rande damit, ne? Also, irgendwann habe ich so viele Batterien, die ich nicht mehr brauche. Ja, doch. Die wir immer brauchen. Äh, ja, genau. Und dass die Haie hier noch rumschwimmen, das ist auch ärgerlich. Wenn mir nur einer beißt, bin ich sowieso kaputt. Glaube ich. Die haben hier nichts verloren. Oh, Mann. Sicheres Gebiet heißt das hier, ne? Sicheres Gebiet. Ja, ich merke, wie sicher das ist. Mann, Mann, Mann. Ich brauche jetzt erstmal einen Erste-Hilfe-Kasten. Ich hoffe, ich komme jetzt da noch rein, bevor mich einer beißt. So. Boah, Gott sei Dank. Gib mir meinen Erste-Hilfe-Kasten. Vielen Dank. Ach, das ist ja schon wirklich hier kriminell inzwischen. So, dann wandeln wir mal schnell das Zeug hier um. Und bringen es rüber. Trinken brauche ich auch schon wieder was. Schauen wir mal, ob die Maschinen schon was gebaut haben. Äh, war schon echt. Wieder alles. Okay, und dann haben wir hier schon... Na, sind ja noch zwei volle Batterien. Okay, da bin ich ja schon mal froh. Wobei, der hat das auch schon wieder eine Leere, ne? Also, hm. So, dann gehen wir mal rüber hier. Danke. So. Einfach mal alles da reinschmeißen. Und ich muss jetzt da mal schauen. Jetzt muss ich mal echt zwischen den Folgen nochmal gucken, dass ich diese depperte Insel finde. Das kann ja nicht angehen. Also, so, jetzt... Welche Life-Ports haben wir eigentlich schon besucht? Das müsste ich mal echt mal... Ich glaube, ich muss die alten Folgen nochmal gucken. Also, sieben ist definitiv eine leere Nummer gewesen. Im Achter waren wir sicher noch nicht drin. 13 haben wir besucht, das weiß ich. Das war in der letzten Folge. 17 keine Ahnung. Und 6 weiß ich auch nicht mehr. Muss ich mal gucken, ob wir da schon waren. So, dann den Zimmer weg. Und den Achter angezogen. Huch. Na, komm. Ein Wasser geholt. Ja, hier steht Wasser drin. Sehr gut. Ich habe nämlich Durst ohne Ende. So, dann trinken wir das mal. So, was ist mit dir? Auch ein Wasser und 2 Salz. Machen wir mal leer. Da drüben können wir das Salz eigentlich auch mal rausholen. Gut. Platz habe ich. Ist wieder kein mehr. Ich glaube, ich muss mal noch so einen Schrank bauen. Ei, 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 ei. Genau, ich baue mir noch so einen Schrank. Schrank. Nein, Schrank. Einmal Glas. Oder wir nehmen so einen kleinen Schrank hier. Ne, wo ist er denn da? Quarz und 2 Titanen. Machen wir so. Ein Quarz und 2 Titanen. Und dann hängen wir uns hier so einen kleinen Schrank an die Wand. Na? Magst du nicht? Da, da bauen wir hin. Dann tun wir da mal zumindest diese ganzen Live-Bot-Geschichten rein. Dann sehen wir die schon mal los. Und die leeren Batterien. Ich habe doch leere Batterien gehabt. Hä? Wo sind sie denn hin? Da sind sie. 1, 2, 3, 4 leere Batterien. Schon Wahnsinn, oder? Also ich brauche dringend die Batterieladestationen, wie ihr seht. Ich glaube, ich werde jetzt einfach mal zwischen der und der nächsten Folge mal echt ein bisschen, ja, Scanning gehen. Ups, falsche Taste. Weil, ähm, ja, hm. Wobei das auch blöd ist, ne? Dann habe ich das Zeug plötzlich... Achso, ich habe die Dings schon gefunden, habe ich gerade gesehen, gell? Ja, hier Energiezellenladestationen könnt ihr schon bauen. Super, aber ich brauche eine Batterieladestation, wäre viel, viel wichtiger. Und Reaktoren bräuchte ich auch nochmal, ja, auch ganz wichtig. Hm. Dann gehen wir jetzt nochmal raus. Haben wir was, haben wir genug dabei? Ähm, Verbandskasten wäre vielleicht nicht schlecht, wenn wir noch einen mitnehmen würden. Weil irgendwie mögen es uns ja alle nicht hier, ne? So, hoffentlich ist da wieder einer drin. Nein, noch nicht. Äh, blöd, 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 blöd. Ich habe keinen mehr rumliegen, gell? Nein, alle aufgebraucht. Blöd, 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 blöd. Hm, hm, hm. Dann nochmal schnell da gucken. Habe ich echt keinen Verbandskasten mehr? Nee, hier ist auch nichts. Und hier auch nicht. Hm. Da muss es ohne gehen, hilft ja nichts. So, wir schwimmen nochmal in das Grassy Plateau. Das ist jetzt, ja, keine Ahnung, in die Richtung irgendwie. Denke ich mal. Weil ich meine, ähm, ja. Ja, Diamant brauche ich auch noch. Hm. Und Ladestation. Ich brauche so viel Zeug und habe gar nichts. Das ist schon irgendwie gerade ein bisschen schwierig alles, ne? Ja, komm, nehmen wir mit hier, wenn es schon da rumliegt. Hier irgendwas. Ach, das war da, wo unsere alte Basis früher war, an meinem letzten Let's Play, ne? Genau, ich erinnere mich. Was bist du hier? Oh, dich kann man scannen. Ja, dann. Ein Laborschalter. Mhm. Herzlich willkommen in meinem Labor. Ja, das ist ja schade, dass hier keiner da ist und ich an meinem Laborschalter in irgendeiner Form begrüßen könnte. Aber wir nehmen ihn mal mit. Und dem geht die Batterie auch schon bald alle hier. Sonst noch irgendwas Wichtiges? Nee. Kupfererz können wir auch brauchen, klar. Ja, dann schauen wir mal, dass wir hier noch ein paar Sachen finden. Also ich bin jetzt mal ein bisschen farmen unterwegs. Genau. Macht das sonst keinen Sinn, wenn wir hier nichts finden. Und ich, wie gesagt, ich mache das jetzt mal zwischen der und der nächsten Folge, dass ich hier ein bisschen am Farmen bin. Und ich schalte wieder ein, sobald ich was Interessantes habe, was euch dann auch interessieren könnte. Genau, weil das Rumschwimmen ist ja auf Dauer auch ziemlich fad für euch, denke ich mal. Ja, dann hoffe ich, hat dir die Folge gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo freuen, falls es noch nicht geschehen. Empfiehle das Video weiter oder auch den Kanal gerne. Kannst mir auch gerne auf Facebook folgen und so. Und ja, dann hoffe ich, sehe ich dich bei der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und servus.